Hallo ihr Lieben, ich würde in diesem Video gern kurz nochmal darauf eingehen, welche systematischen Vorteile es hat, die Unterschicht eben systematisch an politischer Macht zu beteiligen, also die Unterschicht zu ermächtigen. Natürlich nicht so, dass die Unterschicht jetzt mehr Macht hat als die Oberschicht oder die Mittelschicht. Es geht nicht um Revolution oder so einen Unsinn. Revolutionen, wer das nicht weiß, bringen rein gar nichts oder zumindest nichts Gutes. Nein, es geht nicht um Revolution, es geht um Gleichermächtigung. Es geht darum, dass Menschen der Unterschicht in unserer Politik genau gleich viel zu sagen haben wie alle anderen Menschen auch, nicht mehr, nicht weniger. Und das eben systematisch sicherzustellen durch dafür geeignete Institutionen, die genau das dann eben leisten, dass alle Menschen gleich viel Einfluss auf die Politik haben, was einer Ermächtigung der Unterschicht gleich kommt, die momentan nachgewiesener Weise, durch die Wissenschaft nachgewiesen, keinerlei Einfluss auf das politische Geschehen hat. Das sind Studien, gegen die man schwer was sagen kann, weil es ist halt Wissenschaft, die das zeigt. Okay. Welche Vorteile hat das? Und das sind nur die Vorteile, die mir einfallen. Ich bin mir relativ sicher, dass es weitere Vorteile hat, auf die ich nur nicht komme oder die sich erst dann zeigen, wenn man es macht. Aber folgende Vorteile kann man antizipieren. Das erste ist schon mal, es wird, wenn die Unterschicht auch in der Politik zugange ist, wichtiges Wissen ins System eingespeist, das dem System derzeit systematisch fehlt. Wenn nur privilegierte Menschen Politik machen, kommt es nicht nur zu den berühmten Verzerrungen, es kommt auch zu groben Fehleinschätzungen. Bestimmte Phänomene werden falsch eingeschätzt werden, einfach deswegen, weil die Privilegierten unter sich sind und unter sich, naja, man ist halt, lebt in einer anderen Welt, man hat andere Maßstäbe, man hat mit vielen Problemen überhaupt nichts zu tun und deswegen schätzt man Dinge falsch ein. Es kommt also zu einer natürlichen Korrektur der Politik in Richtung realistischer. Der zweite Effekt ist, und der ist nah dran, das ist vielleicht das Gleiche, nur nochmal anders ausgedrückt, möglicherweise aber eben auch nicht, vielleicht ist es nochmal ein anderer Dreh. Wenn die Unterschicht in unserem politischen System anders als jetzt systematisch ermächtigt wird, kommt das einer Art eingebauten Frühwarnsystem gleich. Warum Frühwarnsystem? Weil viele gesellschaftliche Probleme, die sich erst nach und nach aufbauen, Menschen der Unterschicht deutlich früher betreffen, weil sie das weniger gut durch Geld abpuffern können. Also viele Probleme, die irgendwann auch die Mittelschicht und irgendwann auch die Oberschicht betreffen, betreffen die Unterschicht systematisch zuerst. Also sozusagen jegliche Krise ist eine Krise, die immer zuerst auf Kosten der Unterschicht geht. Das heißt, die spüren es zuerst und das bedeutet, wenn die Unterschicht systematisch ermächtigt ist, wenn wir gemeinsam in einem politischen System unterwegs sind, in dem auch die Unterschicht was zu sagen hat, bedeutet das, dass wir als Gesellschaft viel früher reagieren auf sich ankündigende Krisen. Und das wiederum bedeutet, dass wir häufig Probleme dann lösen können, wo die Kosten noch nicht so hoch sind. Wenn Krisen schon voll im Gange sind, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, ist die Krisenbewältigung und Krisenfolgenbeseitigung meistens sehr viel kostspieliger für die Gesellschaft als im Aufbaustadium, wenn die Krise sich erst aufbaut. Und das kriegt die Unterschicht systematisch, egal welche Krise wir anschauen, einfach früher mit. Das heißt, wenn wir privilegiert sind oder wenn wir eine Politik machen, die faktisch nur von privilegierten Menschen gemacht wird, kriegen wir eine Politik, die eine Spätchecker-Politik ist systematisch, weil eben reiche Menschen, nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie halt gut abfedern können, am spätestens am eigenen Leib erleben, dass es Probleme gibt. Und bekanntlich sind wir Menschenwesen, die am ehesten lernen, wenn wir es am eigenen Leib spüren. Also wenn wir Erfahrungen machen, nicht aus dem Denken, nicht aus Berichten, sondern wenn es Folgen für uns hat, dann ändern wir was in der Regel oder dann kommen wir ins Nachdenken. Und Menschen, die privilegiert sind, Menschen, die über ein großes Vermögen verfügen, spüren es meistens als Letzte, wenn irgendetwas im Argen liegt. Man kann irgendwas nehmen. Pflege, Bildung oder andere Themen. Es sind immer die Reichen, die als Letzte davon betroffen sind, von dem, was da im Argen liegt. Und die Unterschicht ist immer ganz drastisch und sehr früh davon betroffen. Das heißt, eine Politik, die die Unterschicht systematisch ermächtigt, kriegt eine Gesellschaft, die frühzeitig reagiert, die hochgradig responsiv ist zu Krisenphänomenen. Und das ist gut für alle. Ein weiteres Phänomen ist, dass sowas wie Populismus sehr viel schwerer wird, wenn nicht sogar ganz unmöglich wird, wenn die Unterschicht auch in der Politik zugange ist selber. Warum? Populismus hat immer die Struktur, wir reden hier gegen das Establishment, wir reden hier für die Benachteiligten, wir reden hier für die unterdrückten Massen. Der Witz an der Ermächtigung der Unterschicht ist, es gibt keine unterdrückten Massen mehr. Und dann, wenn es keine unterdrückten Massen mehr gibt, kann auch niemand auftreten und sagen, ich rede für die unterdrückten Massen. Weil dann sagen die unterdrückten Massen, hör mal zu, du meinst es vielleicht gut, aber ich rede hier selbst für mich, du brauchst nicht für mich reden, ich bin ja selber da. Ich rede für mich selbst. Du brauchst hier nicht den großen Anwalt zu spielen, den großen Volkstribun. Ich bin selbst da und ich trete selbst für meine Interessen ein, weil ich das jetzt kann, weil wir das System so gebaut haben, dass ich es jetzt kann. Das heißt, wenn man Populismus, egal aus welcher Richtung, systematisch das Wasser abkrammen will, dann macht man genau das, man ermächtigt die Unterschicht. Es gibt noch ein viertes Phänomen, das ist vielleicht am schwersten zu verstehen für die heutige Zeit. Der völlig unproduktive Parteien-Hickhack, den wir derzeit haben, wird auch ausgehebelt. Das ist am schwersten zu erklären, was das mit Ermächtigung der Unterschicht zu tun hat. Das sieht man klarer, wenn man sich die Demokratie der Antike anschaut, die eine solche systematische Ermächtigung der Unterschicht faktisch war. Also was die Antike gemacht hat, ist, sie hat innerhalb der Bürgerschaft ihre eigene Unterschicht systematisch in die Politik gebracht. Und zwar gleichmächtig, gleichwertig, wie alle anderen auch. Und das hatte zur Folge, dass sich die Polis Athen systematisch selbst befriedet hat und dass eben sowas wie dieses übliche Parteien-Hickhack, also irgendwelche Redelsführer, adelige Aristokraten, große Wortführer mit ihrer Klientel und Anhänger bekriegen sich gegenseitig, nicht mehr stattfand. Das war eigentlich so das Kernproblem, warum man überhaupt zu so einem System gegriffen hat, warum man Demokratie gemacht hat. Wir aber heute können sagen, andersrum, wenn wir die Unterschicht systematisch ermächtigen, wenn wir die Unterschicht systematisch genauso in die Politik bringen, wie jetzt schon die Oberschicht und gehobene Mittelschicht da ist, also im Sinne von einer Gleichpräsenz oder eines gleichen Vorkommens, nicht mehr, nicht weniger, sondern halt genauso viel, dann ist es so, dass dieses Parteien-Spiel, dieses völlig unproduktive Parteien-Spiel, unter dem wir heute alle so sehr leiden, aufhört. Also dieses Gegeneinander und sich wechselseitig blockieren, ist nicht mehr möglich, wenn die Unterschicht selber auch in der Politik ist. Das ist am schwersten zu erklären, warum das so ist, aber mit Blick auf die antike Demokratie zeigt sich eigentlich genau dieser Effekt überdeutlich. Das heißt, Minimum vier krasse Vorteile hat es, wenn man die Unterschicht systematisch ermächtigt und auch in die Politik bringt, wo sie derzeit so gut wie gar nicht vorkommt, beziehungsweise in, sag ich mal, homöopathischen Dosen, also so gut wie nicht nachweisbar, ist die Unterschicht in der heutigen Politik, im Mitgestalten, im Mitmachen, im Einfluss haben. Und wenn wir ein System schaffen, wo es so ist, egal wo du im Gesellschaftsspiel selber stehst, schichtspezifisch, klassenspezifisch, also ob du sehr reich bist oder sehr arm bist, ob du sehr vermögend bist oder über gar kein Vermögen verfügst oder hochverschuldet bist, in der Politik hast du auf jeden Fall gleich viel zu sagen wie alle anderen auch. Ein solches System, ein solches wahrhaft demokratisches System, hat Minimum diese vier Vorteile, wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr. Aber das sind die, die mir so aus dem Stand einfallen, die man, denke ich, mit Gründen antizipieren kann. Also die Unterschicht systematisch zu ermächtigen, ohne die anderen Bevölkerungsteile zu entmachten natürlich, also alle haben dann Macht, niemand hat keine Macht, sondern alle haben Macht und alle haben auch genau in der Politik gleich viel Macht, ist eine verdammt kluge Idee. Das, was die Griechen da gemacht haben, als sie Demokratie gemacht haben, war wirklich verdammt schlau. Das, was wir machen, ganz vorsichtig ausgedrückt, ist nicht ganz so schlau und das ist auch nicht so ganz so schlau für die Privilegierten selbst. Also meine merkwürdige These ist, mit dem System, in dem es sowas wie ganz krasse Überrepräsentation bestimmter Schichten gibt, eine ganz krasse politische Privilegierung ganz bestimmter Schichten gibt, ist gleichzeitig für diese privilegierten Menschen gleichzeitig eine Selbstschädigung. Die Leute schaden sich dadurch selbst, durch ihre eigenen Privilegien in der Politik, schaden sie sich selbst. Das ist nicht leicht zu verstehen, ich weiß, es ist total kontraintuitiv, aber es ist so. Das erklärt eben auch gut, warum diese Demokratie in der Antike, die ihre eigene Unterschicht systematisch ermächtigt und in die Politik gebracht hat, faktisch, warum diese Reformen von Aristokraten, also von der Oberschicht, vorangetrieben und eingeführt wurden. Sonst wäre das völlig, wenn das anders wäre, wäre das ja völlig gaga. Warum soll die Oberschicht jetzt sich dafür einsetzen, dass die Unterschicht auch in die Politik kommt? Das ist aber das, was wir historisch sehen in der Antike. Das ist das, wie die antike Demokratie zustande kam. Und das ist etwas, was einen ins Nachdenken bringen kann, ob viele so Dinge, die wir für selbstverständlich halten oder ist doch klar, wirklich so selbstverständlich sind. Also es bringt uns in ein produktives Hinterfragen unserer eigenen Vorurteile oder Vorannahmen, in ein produktives, konstruktives Hinterfragen unseres derzeitigen politischen Systems, unserer derzeitigen Art, wie wir miteinander Politik machen, ob das wirklich so klug ist, was wir da tun, ob es wirklich nichts Klügeres gibt. Denn in der Antike sehen wir etwas eindeutig Klügeres und naja, könnte uns zu denken geben. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.